So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Farquail 5. Wir wollen hier immer noch die Wasserpumpen finden. Und das machen wir jetzt auch. Beziehungsweise nicht finden, sondern zerstören. Hä? Okay, falscher Weg. Ach, blaue Rohre, ja, natürlich. Ja, aber warte mal. Hier geht es doch auch zu den Pumpen, oder nicht? So, und dann? Ach, noch hier. Circa 36 Meter. 58, 50. Wahrscheinlich, wo hier richtig zu sein. Und dann? Okay. So, den blauen Dingern folgen. Also, hier drin. Also, sind sie hier drin. Nur Notausgang. Ähm. Nur Notausgang. Ähm. Und nur Notausgang, ne? Okay. Gut, warte mal. Wie kommen wir da rein? Wir müssen da ja irgendwie reinkommen, oder was? Warte mal, was ist denn mit hier? Warte mal, Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Kann man nicht hier noch irgendwas machen? Ne, ne? Was hat uns denn hier mit auf sich? Warte mal. So, hier durch, oder was? Und dann, ja, komme ich aber nicht hier weiter, ne? Ne. Garantiert nicht, hier komme ich nicht weiter. Ja, Freunde, keine Ahnung. Puh. Hing ballern mit's natürlich auch nix, war doch auch irgendwie klar. Ja, du, mir ist auch ganz komisch. Hm. Warte mal. Ja, ich bin da schon da. Ähm... Ja, Freunde, ich hab keinen Plan. Ich hab gerade keinen Plan, wo wir hin müssen. Ich glaube, hier... Ging's ja auch nicht weiter, ne? Ne. Ja, komm, fall dreimal drüber. Hm. Hm. Nur Notausgang stand da, ne? Und bei dem anderen, da sind wir hierhin gekommen. Warte mal. Der andere Weg führt ja hier rein. Aber was bringt uns das? Hm. 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 Und ich hab keine Ahnung, echt nicht. Ich weiß nicht, wie wir da durchkommen. Nur Notausgang. Ähm... Das bringt auch nix. Das schadet mir nur selber. Okay, warte mal. Nix. Hier kann ich nix machen. Seht ihr ja. Hier kann ich auch nix machen. Hier kann ich auch nix machen. Und hier... Kann ich auch nix machen. Warte mal, ich will noch einmal kurz, warte mal, hier rein, was bringt das denn, ah, okay, ich habe den Weg, glaube ich, gefunden, oder? Ja, ich habe ihn gefunden. Jawohl, Freunde. Was machen wir als nächstes? Wir hatten ja noch, äh, hier drüben, glaube ich, noch ein, nee, hier war auch noch was, Basketball. Da probieren wir das hier auf jeden Fall noch und wir springen auf jeden Fall, nee, wir machen eine Schnellreise, Reisen. Und dann holen wir uns, ragt man den Schrecklichen. In dieser Folge noch. Und nächste Folge ist dann Ende. Ich glaube, es sind dann nur fast so 45, 47 Folgen. Ja, und dann war es das auch schon mit dem Let's Play. So, ragt man das Schreckliche noch. Und dann geht's auf zu John. So, ich brauche ein Boot, bitte. Ich brauche bitte ein Boot, ein schickes. Verkaufen, kaufen. Jawohl, ich häcke in das Beste. Okay, es gibt nur das. Okay. Gekauft. Jo. Perfekt. Gehen wir es durch. Auf zu Ragnar. Auf zu Ragnar, den Schrecklichen. Gut. Angel. Ist das, ist das Ragnar? Äh, ne, ich glaub nicht. Nein, 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 nein. Pass auf, der glitchtet wieder auf. So, warte mal. Angelköder. Was ist denn, was ist denn, was ist denn für einer, ein Bagger? Ein Popper. Nee, auch nicht. Steinbarsch. Ist er das? Nee, jetzt ist er auch nicht. Viel zu leicht. So, warte mal. Wie heißt denn diese Mission? Ich will die jetzt verfolgen. Mit der Störfliege. Okay, warte mal. Störfliege. Da. Okay, das könnte er sein. Das ist er. Oh nein. Mann, war der heftig. Boah. Das war er gerade. Wir hatten ihn gerade, Freunde. Nee, das ist er nicht. Das ist er definitiv nicht. Nein, das ist er nicht. Wir hatten ihn gerade. Habt ihr es gesehen? Aber zack, war er wieder weg. Steinbarsch. Nein, ja, schön. Eins und zack. Oh, wir hatten ihn gerade wieder. Oh, wir hatten ihn gerade wieder. Ich bin vielleicht süchtig danach, Peggys zu töten, aber immerhin nehme ich keine Drogen. Okay, da kommt keiner mehr, ne? Doch, warte mal. Das könnte er sein. Ist er das? Das ist er. Das ist er. Das ist er, Freunde. Das ist Rathloss. Der Schreckliche. Wir haben ihn. Perfekt. Hey, bist du da? Skylar hier. Wenn du meinst, dass du bereit für den Admiral bist, ich bin am Clagget Bootshaus. Hab schon alles vorbereitet. Ich warte auf dich. Der Admiral. Der Admiral. Ach, den Admiral. Wo ist der denn überhaupt? Der Admiral, was ist denn das hier noch? Jacobs Helikopter? Das haben wir doch schon längst. Ne. Wo ist der denn? Der Admiral. Dann würde ich sagen, machen wir hier noch ein paar Angelmissionen heute. Was ist hier? Ah, ne, das ist da, wo alles begann. Wo war denn das nochmal mit dem Admiral? Das war doch hier, oder? Ne. Der Admiral. Der Admiral. Das könnten wir doch auch nochmal machen, oder? Der Admiral. Wo ist der denn aber? Warte mal. Mal. Ah, nein. ich weiß es nicht wo so vorteilspunkte noch mal erhalten ja okay aber wo ist das mit dem admiral so warte wir sind jetzt hier alles klar das war aber auf jeden fall in jay in jones region oder war das schon in jacobs wir gucken einmal kurz gemeinsam hier ist nix dann vielleicht doch jay kopf region der admiral was ist denn das hier ich sehe auch keine mission beim wasser oder so flugzeug auch nicht ja egal freunde ich finde die admiral mission irgendwie nicht gut wenn ihr warte mal hier ne baseball karte was ist hier schiedsstand ok egal freunde ich finde die mission nicht egal dann machen wir auf jeden fall was ist das in der nächsten folge das ist bis zum nächsten mal und dann sehen wir uns aufs johns oder warte mal vielleicht machen wir das jetzt noch ich springe jetzt gemeinsam ab absprungen in jones region und dann holen wir uns diesen bastard gut bis zum nächsten mal dann sehen wir uns beim abschwung gleich ciao